So, moin. So wie sie zu sagen, ja Leute, was glaubt, eure Flügelinke 84 wieder am Start. Heute mal bei mir, draußen im Garten. Und ich hab mir überlegt, ich baue so ein kleines, ja, Haus für mich da in den Garten, weil ich bin gerade in meinem Garten. Ja, Leute. Und, warte, ich muss ganz kurz wieder aufstellen. Also, so. Und ich hab mir überlegt, ich baue so ein kleines Haus, meine Kamera ist noch nicht da. Ich nehme gerade im Moment mit meinem Handy auf und, ja, dann, wenn meine Kamera kommt, kommen auch dann so Challenges drinnen in dem Haus, so wie übernachten oder weiß nicht, wer hält länger durch. Und ich bereite jetzt mal die Sachen her und ich zeige euch dann, wo ich gerade bin. Und wir sehen uns gleich. Puh, äh, Leute. Erstmal, warte, ganz kurz. Ich brauch so irgendwas, weiß nicht. Wegen der Sonne. Ich hab jetzt die Bretter hergelegt und, ja, ich zeige euch jetzt mal. Ich muss die auch noch zurechtschneiden und bla bla bla. Weiß nicht. Ich werde es auch noch drinnen einrichten und, ja, ich hoffe, man sieht die jetzt. Jo. So, das sind, ich glaube, zwei Meter Bretter. Zwei Meter irgendwas, warte. Ich kann schauen. Äh, da steht das. Okay, steht nirgends. Jo. Äh, Leute, ich brauch jetzt nur ein Maßband und eine Säge. Ich mach hier einen Cut. Wir sehen uns gleich. Und... So, Leute. Das sind wir wieder. Und, ah ja, wenn ihr mal vielleicht Bock habt... Bock habt... Wenn ihr mal wieder Bock habt auf... Wieder... Oder Junge. Wenn ihr mal Bock habt auf eine Roomtour, dann schreibt es unten in die Kommentare. Einer hat mich sogar schon gefragt nach einer Roomtour. Und, ja. Schreibt einfach rein. Ich bin gerade Bob, der Bauermeister-Name. Ähm. Ja, ich hab jetzt die Sachen. Hab mir ein... Kogumigigant. Äh. Das ist jetzt mein Werkzeug. Halt, ich brauch noch Schrauben. Alles ist noch hinten. Aber, jo. Das ist zurzeit mein Werkzeug. Ein Mausband. Jo. Äh. Eine Säge. Und, ja. Das Holz. Und ich mach... Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich, ja, Striche, Striche gemacht hab auf das Holz. Und, ja. Wo ich halt das sägen werde. Ja. Das eine Holz hatte halt Löcher. Und da war eine Schraube drinnen, die komplett verbogen war. Und das Holz war komplett kaputt. Deshalb hab ich das jetzt umgetauscht auf über das, über... Auf das schöne... Oh, Alter. Tschüss, da ist ne Westen. Oder was das war, Alter. Jetzt hab ich das umgetauscht über das Weiß, weiß ich was. Schreib's in die Kommentare. Zu das Holz. Äh. Und, ja. Ich mach wieder ein Cut. Tschü. Ach, Digga. Uff. Marsband. Voll auf meine Hand. Jetzt eh nur so ein kleiner Kratzer. Aber, uff, Digga. Das tut mir. Erstmal nicht zentieren. Da, da juckt aber kein... Da. Digga. Marsband voll auf meine Hand. Ich hab schon berechnet. Die Hälfte ist... 1,32. Ja. Insgesamt ist das... Brett für die Rechner. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Oder drückt auf Pause. Das ganze Brett ist 2,64 Meter. Und, ja. Das mach ich jetzt auch bei den anderen Bretten. Das eine Brett hab ich schon gemacht. Und... Wir sehen uns gleich, wenn ich das gemacht hab. Tschü. So. Äh. Ich hab das Ganze jetzt gemacht. By the way. Wir haben heute 30 Grad. In Österreich. Wiener Neustadt. I don't know. Äh. Ich schwitze wie ne Sau. Nein. Ähm. Das ist komplett anders heute mal mit... Aua. Ich hab mich später. Fick dich. Äh. Und... Das ist heute komplett anders mal in der Öffentlichkeit so mit euch zu reden. Weil... Ja. Ich zeig euch jetzt mal das Ergebnis. Das ist... So. Äh. Äh. Das da hab ich jetzt dabei gemacht. Ich hoffe, man sieht das. So. Da hab ich jetzt so Strich entlang... Das... Ich weiß... Ja, das Brett... Das ist halt etwas größer, deshalb... Ja. Das sieht man auch dort. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Ja. Ja, moin. Ähm. Ich werd das jetzt in der Hälfte schneiden. Und... Wir sehen uns... Gleich wieder. Oder wisst ihr was? Was ich jetzt mach? Eins. Zwei. Drei. Bäh. Ne. Ist nicht gegangen. Fuck. Äh. Ja. Jo. Du dachtest hier grad, ne? Nein. Äh. Ich schneid das jetzt. Danach werd ich wahrscheinlich verrecken. Ich bin noch grad komplett rot. Hab Kakenbock mehr. Ich werd die ganz kurz. Kleiner. Äh. Jo. Ich mach dann wieder einen Cut. Und wir sehen uns... Gleich. So, Leute. Ich hab jetzt zwei Bretter... Geschafft von Pia Nummer zwei. Ich bin fertig. Ich kann's euch dann noch zeigen. Halt... Das Endergebnis zeige ich euch dann. Digger. Ich trinke erstmal was, dass ich nicht dumm kippe, weil... Allah. Ich hab auch schon mein Level auszogen, weil... Alter, es hat 30 Grad draußen. Es hat... Gerade im Moment. Wait. Sorry. 31 Grad. Alter. Ich... Freck grad. Alexa. Wie viel Grad hat es heute in Wiener Neustadt? Im Augenblick liegt die Temperatur in Wiener Neustadt Österreich bei 86 Grad Fahrenheit. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von 64 Grad erwartet. Alexa. Alexa... Du bist behindert. Und dreht sich gleich ab. Und wenn ihr wollt, dass ich mit der Alexa... Wenn ich mit der Alexa ein 3 Uhr nachts Video mache, dann lasst den Daumen hoch und schreibt es unten in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Und an der Stelle größtiger raus, dann muss die Haft. Äh... Weil... Naja, weiß nicht. Er hat ja auch schon mal sowas gemacht. Äh... Und... Und... Ja... Ich trinke erstmal was. Ganz ehrlich. Tja. Und... Es ist witzig. Umgegen. Halber Liter. Und... 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 Untertitelung des ZDF, 2020